Und weiter geht es mit dem vierten Abschnitt des Formulars der Gewerbeanmeldung und zwar mit der Erklärung, dass keine Gewinnausschließungsgründe vorliegen. Im Rahmen der Gewerbeanmeldung müssen Sie einige Voraussetzungen erfüllen, um dann in weiterer Folge eben auch die Gewerbeberechtigung zu erlangen. Hierzu zählen einerseits persönliche und allgemeine Voraussetzungen und darüber hinaus gibt es aber auch Ausschließungsgründe, unter welchen Sie keine Gewerbeberechtigung erteilt bekommen. Und hierzu zählen vor allem finanzbehördliche Strafen oder eben auch Insolvenzverfahren. Und wenn Sie ein Insolvenzverfahren laufen haben, beziehungsweise bestimmte oder strafgerichtliche Verurteilungen haben, welche eine bestimmte Strafhöhe überschreiten, welche das genau sind, finden Sie in dieser Gewerbeordnung. Dann führt es dazu, dass Sie eben keine Gewerbeberechtigung erhalten. Und hier müssen Sie eben bestätigen, dass keiner dieser Gewerbeausschließungsgründe vorliegt. In einigen Fällen, wenn solche Ausschließungsgründe vorliegen, gibt es die Möglichkeit, um eine Nachsicht anzusuchen. Und wenn Sie eine solche Nachsicht erhalten haben, dann müssen Sie hier eingeben, von welcher Behörde diese Nachsicht ausgestellt wurde und die Zahl des Bescheides müssen Sie eben hier auch angeben und hier eben dieses Kreuzchen setzen. In meinem konkreten Fall liegt kein Gewerbeausschließungsgrund vor und aus diesem Grund können wir hier einfach wieder mit dem Weiter-Button in den fünften Abschnitt zu dem Thema Beilagen gehen.